Liebe Anja, du hattest ja bei uns deine Premiere im Herbstortes des hohen Jahres. Wie ist dir denn damals ergangen? Mir ist gut gegangen, dafür dass meine Premiere war. Da war heute auch ein bisschen Nervosität, aber da muss man drüber. Außerdem macht es halt viel mehr Spaß. Mir macht es total Spaß. Ich wollte immer eine Kabarett machen und ich bin so froh, wenn auch Leute da sind, denen ich es vorspielen kann. Vor Lernsesseln, die lachen nicht so, das ist so. Ihr könnt es auch auf meiner Website schauen, anja-kindspiel.de. Dort steht es ganz sicher, wenn sie nicht was.